Wisst ihr, was ich hier sehe? Eine Menge ungeschliffenes Talent. Style, Überheblichkeit. Die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und das muss die Welt hören. Bist du bereit für den Scheiß? Klar. Na klar. Alles klar. Bist du bereit für den Scheiß? Alles klar. Ja klar? Ja klar. Mit den Gags kannst du keine Rechnung bezahlen. Was laberst du denn? Ich krieg doch Kohle. 4,50 Euro, klubst du jetzt bist du reich? Ist ein Anfang, oder? Ey Jay, bist du jetzt Moderator oder was? Der Schärfste, den du kennst, Kay. Bist du neue Projekten von dir? Krasser Scheiß. Ich mach nichts anderes, Alter. Ich hab nen heftigen Gag fürs Privatfernsehen. Was willst du damit machen? Lo, 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 loo. Jay, das war dope. Der Scheiß war dope, man! Bist ein Genie, man! Sag mal, was heißt eigentlich CHG? Clowns hassen Gags oder irgendein Scheiß? Nein, Zirkus Halligalli. Eure Show verherrlicht Pipikaka und Alkohol. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wieder. Das ist eine Drohung vom Fernsehrad. Machen ein paar gute Gags, die Leute rasten laut. Das Aufführen von albernen Gags in ihren Shows ist ab sofort untersagt. Die wollen uns vorschreiben, welchen Scheiß wir witzig finden sollen. Aber wir sind CHG. Das Aufführen von Alkohol.